Die Zukunft gehört uns. Wir können ein Vorbild, eine Inspiration sein, respektvoll und wertschätzend mit uns und anderen umgehen. Wir sind eine internationale und offene Gemeinschaft. An der Vienna Business School gibt es viele Nationen, Religionen, Identitäten und Weltanschauungen. Wir wollen bewegen, erschaffen, entwickeln. In einer Umgebung, die uns schätzt, akzeptiert und uns hilft, uns zu entfalten. Es geht nicht darum, in allem perfekt zu sein. In dir steckt ein unglaubliches Potenzial. Durch eine Ausbildung in die richtigen Bahnen gelenkt, kannst du die Welt zu einem besseren Ort machen. Wenn wir voneinander lernen, auf bestehendes Wissen aufbauen und es kritisch hinterfragen, dann können wir miteinander und füreinander eine bessere Zukunft erschaffen.